Hallo, in diesem Video der letzte Teil unserer Serie, wie mache ich aus meinem Raspberry Pi ein Internetradio. Unser Internetradio läuft schon, es bleibt jetzt nur noch für uns dafür zu sorgen, dass der Pi automatisch die Playlist einliest, sobald er gebootet ist und natürlich sich in ein vordefiniertes WLAN anmeldet. Dann können wir unseren Pi überall aufstellen, einfach einstecken, er bootet, er liest die Playlist ein, er wählt sich ins WLAN ein und danach können wir ihn dann zum Beispiel vom Mobiltelefon aus steuern. Der entsprechende Eintrag ist einfach. Ich habe mich jetzt hier schon auf dem Pi aufgeschaltet, bin auch schon als Benutzer root unterwegs und jetzt einfach nano etc rc.autocomplete. Dann wird die Datei vervollständigt auf rc.local. Dann fangen wir ganz ans Ende und vor der Zeile Exit 0 schreibe ich ein su root c mpc load sender. Das war ja unsere Datei, allerdings werde ich dahinter noch ein uns setzen. So, das war es dann auch schon. STRG O, STRG X, reboot. Jetzt wird der Pi rebooten. Jetzt verliere ich hier die Verbindung, muss ich im Moment warten. Dass das Ganze dann funktioniert, sehen wir dann daran, dass nach dem Reboot unser Pi, wenn ich mich aufgeschaltet habe, direkt im mpc die Playlist hat. So, schauen wir mal, ob er wieder da ist. Schalte ich mich auf. Passwort eingegeben. So, mpc, ach ne, mpc Playlist muss ich eingeben. So, und er hat die zwei URLs, die wir vorher definiert haben, direkt drin. Das Ganze funktioniert also. Das heißt, die Steuerung müsste jetzt hier auch direkt funktionieren. Klicken wir da mal drauf. So, haben wir gerade Nachrichten, können wir also auch auf YouTube zeigen. So, bei 1Live dürften jetzt auch Nachrichten laufen. Klicken wir da drauf. So, funktioniert also alles ganz wunderbar. Als letztes dann also nur noch dafür sorgen, dass das Ganze auch über WLAN automatisch funktioniert mit sudo, ich bin da noch nicht als Benutzer root unterwegs, sudo nano etc network autocomplete interfaces. So, da brauchen wir eine Zeile iFace WLAN 0 iNet. Bei mir steht hier Manual. Da mache ich ein DHCP draus. Vorausgesetzt natürlich, sie haben auch einen DHCP Server laufen. Ansonsten haben wir das in einem anderen Video auf dem Kanal Semper Video schon mal ausführlicher beleuchtet. So, ich muss jetzt hier also nur angeben, dass er sich anmelden soll bei WPA SSID Name des Netzwerks und WPA PSK Passwort Also, sie tragen da natürlich die echten Daten ein. Am Ende Strg-O Strg-X raus da. Und jetzt bei einem Reboot wird er sich bei dem entsprechenden Netzwerk, also bei der SSID, das ist der Name ihres WLAN-Netzwerkes, mit dem entsprechenden Passwort anmelden und dann, weil dort wahrscheinlich ein DHCP Server läuft, eine IP bekommen. Sollten sie lieber mit festen IPs arbeiten, geht das Ganze natürlich auch. Dann eben nicht DHCP sondern wieder manuell Und dann die entsprechenden Einträge lauten Address 192.168 In meinem Fall 1.1.1.1 Und jetzt eben die entsprechende End-IP Network ist 255 255 255.0 Und als letztes Gateway brauchen wir auch 192.168 In meinem Fall hier die 1. Und das passen sie natürlich dann auch alles an ihre Bedürfnisse an. Das wären die entsprechenden Einträge halt für eine fixe IP. Und wie gesagt, wer das nicht braucht, man kann das hier auch wieder direkt auskommentieren. Und hier auf DHCP umstellen. DHCP Und jetzt ist das Ganze wieder mit einer variablen IP. Beziehungsweise ich bekomme die IP vom DHCP Server, wenn sich der PI dort anmeldet. In diesem Netzwerk, mit diesem Passwort. Damit wird das Ganze dann abgeschlossen. Jetzt brauchen wir den PI nur noch dort aufzustellen, wo er als Internetradio dienen soll. Übers Mobiltelefon kann man das Ganze steuern. Ist also ganz einfach. Okay. Und jetzt brauchen wir dieinингcisre mighty aus. Und also Mal. Wie gesagt. Ja, ich bin noch angegre. Und unten war ich scheiße. Euch kein perfekster Schatz. Ich bin security. The rest hat mich einfach während des vehicenser goes сцен. Vielen Dank.